Hallihallo und einen wunderschönen guten Abend an alle Menschen da draußen, wo auch immer ihr uns gerade zuschaut. Vielleicht seid ihr im Garten, gerade am Grillen gewesen, hockt auf der Couch und habt die Rollläden runtergezogen. Egal wo, wir wünschen euch ganz viel Spaß. Es ist der Livestream hier. Vielleicht können wir das da hinten mal zeigen. Ich bin total beeindruckt. Everins Plausch. Es ist verrückt. Super, ich bin schon allein sehr beeindruckt, hoffe, dass ich noch Worte finden werde und freue mich, dass ihr alle dabei seid bei YouTube, Facebook. Und das Tolle ist, ich bin ja nicht alleine. Ich habe hier ja einen netten jungen Mann an meiner Seite. Gleich schon den Schamwolzen rausgeholt. Moses Pelham ist da. Hi. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Vielen Dank, du bist da. Natürlich mit dem nötigen Abstand, Kontaktsperre und so weiter, Corona, bla bla. Wenn ihr euch jetzt alle fragt, okay, Efren, warum jetzt das Ganze? Ich habe keine Ahnung. Einfach, weil wir Bock drauf haben. Weil wir Bock drauf haben. Und bevor wir loslegen zu quatschen, weil darum soll es heute gehen, bevor wir loslegen zu quatschen, möchte ich einmal ein ganz großes Dankeschön loswerden an die vielen Menschen, die hier sind. Es sind schon viele. Dafür, dass hier nur zwei Menschen sitzen und gleich miteinander quatschen, sind schon ein paar. An Eight Days a Week, das Studio hier, das uns die Möglichkeit gibt, diesen Livestream überhaupt zu senden. Von daher, Dankeschön Jungs, Dankeschön Mädel. Und ja, jetzt erwarten viele, okay, was macht die Geetzer jetzt? Was ist so das Konzept der ganzen Geschichte? Ich habe gesagt, das ist komplett konzeptlos. Aber dafür habe ich den richtigen Mann an meiner Seite, weil... Weil der nie Konzept erhört hat? Nein, nein, das meine ich nicht. Weil man mit dir... Die personifizierte Konzeptlosigkeit. Weil man mit dir stundenlang... Entschuldigung, ich habe noch eine Sache übrigens. Eigentlich, Pellhemsplausch wäre ja eine Alliteration, ne? Das stimmt. Alliteration, weil PP. Es gibt Menschen, die wissen nicht, was eine Alliteration ist. Weil Moses einfach einer ist, mit dem man über alles stundenlang reden kann. Ich habe kurz überlegt, ob ich Moses vorstellen muss. Ich glaube, nein. Also Moses Pellhem. Wir kennen ihn alle von früher. Rülheim, Hartrhein-Projekt, Produzent, Sabrina Sedlow, Xavier Naidoo, Sophie Projekte, Glashaus. Ich dachte, du wolltest sagen, auf der Nachtschicht! Jetzt warte! Wir waren nämlich mal Kollegen. Ich war noch nicht fertig. Woher wir uns eigentlich kennen? Wir waren Kollegen. So, dann erzählst du. Komm, wir waren Kollegen bei Planet Radio. Das stimmt. Was hast du da gemacht, außer manchmal feuchtdurchgewischtes Studio? Ja, vor allen Dingen im Tower geraucht und getrunken. Okay, aber auch eine geile Sendung gemacht. Sonntagsabend zusammen mit seinem Kumpel Baze Benson, die Nachtschicht. Und ja, ihr wart Moderatoren bei Planet Radio. Ich damals auch. Und so durfte ich ab und zu beiwohnen. Und es waren sehr interessante Gespräche, interessante Playlists und unvergessliche Abende. Und ja, erzähl doch mal was! Ja, wenn du sagst, guck mal, ihr haben Moderatoren bei Planet Radio. Denken wir so, okay, die... Hey, und hier sind wieder deine Wettergefühle mit... Das hat natürlich nichts damit zu tun gehabt, wie du weißt. Da war halt unsere eigene Musik gespielt und dauernd auch mit irgendwelchen Leuten telefoniert, Plödsinn geredet. Das war so lustig, wirklich. Zu lange Wortanteile. Alles, was man eigentlich im Radio nicht darf. Ja, aber genau das hat es ausgemacht. Es war so ein bisschen revolutionär. Lass uns direkt einsteigen mit der Sache, dass die Zeiten im Moment ein bisschen anders sind als normalerweise. Du warst schon auf Tour, auf Immuna-Tour. Ja, immerhin. Du hattest schon zwei Gigs, oder? Ja, zwei. Ja, so. Jetzt hat sich das erstmal erledigt mit den ganzen Gigs. Wo wärst du denn heute Abend an diesem Freitag, wenn du jetzt nicht hier sitzen würdest? Heute wäre die Tour schon vorbei. Echt? Ja. Wäre schon rum? Ja. Ach, krass. Ich habe tatsächlich, die letzten Shows wären die drei Frankfurt-Shows gewesen. Ich glaube am 28., 29. und 30. Okay. Was macht man nach so, wenn die Tour vorbei ist? Hängt man dann die ganze Zeit nur rum? Wenn die richtige Tour vorbei ist oder wenn du nach zwei Shows eingeschickt wirst? Also angenommen, die Tour wäre wirklich komplett gelaufen und du hättest sie hinter dich gebracht, erfolgreich. Was hättest du gemacht jetzt? Ist es dann ein ewiges Chillen oder was macht man da als Künstler danach? Ja, also das ist dann schon immer mal so eine kleine Phase der Akklimatation. Akklimation. Akklimatisation. Ah, wie, keine Ahnung. Also musst du erst mal akklimieren, gell? Ja, genau. Oh, Hilfe, wie unangenehm. Ey, das Ding ist halt, da bist du ja wirklich dauernd auf 280. Ja. Halt. Da musst du schon wieder ein bisschen runterkommen. Das dauert halt ein paar Tage. Ja. Akklimatisieren. Aber das Nominativ ist doch dann Akklimatisation. Das war doch richtig. Glauben wir auch, ja. Ich glaube auch. Egal. Also wärst du jetzt vermutlich zu Hause und würdest nicht akklimatisieren? Jetzt wäre ich schon wieder ganz normal da, wo ich jetzt auch bin, beim Buchschreiben. Aber so zwei, drei Tage fragst du dich schon, okay, wann ist ein Soundcheck? Dann geht die Show los, was ist los? Okay, jetzt hast du gesagt, du warst in Stuttgart. Ihr wart eigentlich gerade dabei, die Halle, alles aufbauen, bla bla. Klar, am Abend wär der Gig gewesen und dann kam eben die Nachricht, keine Großveranstaltung mehr oder Veranstaltung auch in der Größe nicht mehr. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass du davon betroffen bist. Als der Künstler, der da oben auf der Bühne steht, da hängt so ein ganzer Rattenschwanz dahinter. So die ganzen Leute, die da mitarbeiten, also wie geht es dir damit so? Wie fühlt man sich und wie scheiße ist es erst mal? Ja, ich kann es eigentlich von zwei Seiten betrachten. Erst mal die, die du gerade ansprichst. Ich meine, wir sitzen da im Tourbus und du siehst halt, dass die Leute aus ihrem Ding rausgerissen sind. Ich denke, fuck. Weißt du, da kommt halt dann Geld nicht rein, mit dem du gerechnet hast. Es ist aber so, dass die meisten Leute, die meisten, alle, die mit mir unterwegs sind, spielen ja nicht nur für mich, sondern halt auch, wenn es sich anderen sagen, sind gebucht für allen möglichen Scheiß und da kommen halt nur Absagen rein. Und es ist halt einfach so, pass auf, ich weiß nicht, wie ich meine Miete in zwei Monaten bezahlen soll. Ja. So. Ja. Das ist natürlich schon brutal. Ja. Und die andere Seite? Die andere Seite, die man sehen muss, wir haben wie gesagt zwei Shows gespielt. Eine am Dienstag, glaube ich, Mittwoch war Off-Day und an diesem Off-Day gab es diese Pressekonferenz mit der Kanzlerin, die auch sagte, ja, vielleicht muss man sich auch nicht unbedingt die Hand geben, einen Blick in die Augen, ein bisschen zwei Sekunden länger reicht auch in diesen Tagen. Ist ja klar, ne, pass auf, ich gehe alle zwei Jahre mal auf Tour, da ist Durchdrehen angesagt mit den Leuten. Da liegst du dir danach, mit den Leuten in den Armen, Marathon, jeder kriegt ein Foto. Ja. Das war so ein bisschen der Verantwortungsgedanke dann. Ja, haben am nächsten Tag halt, glaube ich, in Nürnberg gespielt. Hm. Und dann sagen halt Kollegen von mir, ja, du weißt Bescheid, ne, so wenig Kontakt mit den Leuten wie möglich. Dann sage ich halt wahrheitsgemäß, wie soll ich das denn machen? Die Leute haben irgendwie 43 Euro für eine Karte bezahlt. Ich drehe mir den zwei Stunden lang durch und dann soll ich danach sagen, du, ich darf dich aber nicht anfassen. Ich verstehe, dass das notwendig ist jetzt, aber es ist mir in diesem Rahmen halt auch nicht möglich. Also dann ist es vielleicht vernünftiger, jemand entscheidet jetzt, diese Konzerte oder diese Veranstaltungen können in dieser Form nicht stattfinden. Also du hast ein bisschen Erleichterung, weil es war ein Skripanz. Natürlich, natürlich. Ja. Also ich muss sagen, ich fand es vernünftig, die Entscheidung. Ja. Das hat mich halt schon hart getroffen. Klar. Aber so war es wenigstens mal eine klare Ansage. Okay. Ja, so ein klarer Fahrplan ist dann vermutlich sehr viel einfacher. Gerade in diesen Tagen. Ja klar. Also das ging ja bei der, vor der Pressekonferenz war das ja schon so, oje, guck mal, wie geht das jetzt weiter? Ja. Also das war alles schon eine sehr unsichere Sache und dieses dauernde, sich fragen, spielen wir morgen, dich fragen dauernd Leute. Find ich statt? Find ich statt? Find ich statt? Find ich statt? Ja. 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 Das hast du es gerade gesagt. Okay, die Nummer ist jetzt erstmal durch. Die Tour, wobei ich habe gesehen, Nachholtermine stehen auf jeden Fall schon fest. Jetzt hat Moses sehr viel mehr Zeit zu Hause und schreibt an sein Buch. Ihr habt richtig gehört, er schreibt an seinem Buch. Aber die Wahrheit ist ja auch, dass der Moses die meiste Zeit damit verbringt, irgendwie blöde Insta-Stories zu posten, jede Stunde irgendein Blödsinn. Die mir wirklich die Stunden versichert. Also in diesem Loch, in das ich geworfen wurde, meine Liebe zu schwachsinnigen Witz 15 Sekunden dann entdeckt. Also meine Highlights waren die Workout-Videos von zu Hause, wo Leute Gewichte auf den Kopf bekommen haben. Das ist auch sehr schön. Sehr schön. Auch deine Toilettenpapier-Nummer, wo du eskaliert bist? Am Anfang, ich habe mich erst mal nur auf Toilettenpapier konzentriert. Die ersten fünf Tage, da kam ich davon nicht los und jetzt bin ich in so andere Sachen gerutscht. Aber das ist geil. Das zeigt, wie vielseitig du bist. Ja, ja. Du bist so vielschichtig. Und du bist so vielschichtig. Da ist nicht nur Toilettenpapier hinter ihm. Aber dieses Buch, was ja auch geil, also du musst erst mal kurz sagen, worum es eigentlich geht. Es sind ja jetzt keine Vorlesegeschichten für Kinder. In meinem Buch. Es ist ja ein bisschen autobiografisch. Nicht ein bisschen, das ist eine Autobiografie. Okay, komplett. Es ist halt keine, die so okay, ich kam am 24. Februar 1971 auf die Welt, sondern beginnt in dem Moment, in dem ich entscheide, nur noch selbst zu produzieren. Du kannst es symbolisch sagen. Meine eigene Musikproduktion zu machen, mein eigenes Ding zu machen. Und ich häng, mein Nachbar ist irgendwie Schlosser und der bastelt mir so ein Türschild. Das häng ich an meiner anderthalb Zimmerwohnung an die Wohnungstür. Dann hängt Palin Power Productions drauf und ich fang an, mich am Telefon zu melden mit Palin Power Productions. Das ist für mich der Beginn von 3P. Okay. Auch wenn es dann erst mal drei Jahre dauerte, bis wir die erste Platte veröffentlichten. Ja. Diese Entscheidung, die vor allem mit Nein sagen zu tun hat und auf so einen Kindertraum setzen. Das ist für mich der Beginn dieser Geschichte. Und da fängt auch das Buch an. Es gibt so einen kleinen Backflash. Der fängt irgendwie damit an, dabei hat er alles so schön begonnen. So ein kleiner Backflash, wie ich da hingekommen bin. Und dann geht es chronologisch weiter bis heute. So, jetzt ist dieses Buch ja noch gar nicht fertig geschrieben. Ich befinde mich heute im Jahre 2015. Ach komm, soweit schon? Ja klar, ich arbeite auch schon seit drei Jahren mit großen Unterbrechungen. Das dauert aber auch nicht mehr so lange. Aber das Geile ist, dass ich erfahren habe, man muss dazu sagen… Der Verlag glaubt schon gar nicht mehr daran, dass das Buch kommt. Doch, man. Doch, kommt, kommt. Kommt. Ruhig. Dings, man muss dazu sagen, ich habe mich natürlich im Vorfeld, das ist zwar alles relativ spontan und kurzfristig entstanden, aber ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet, so wie das Journalistinnen halt so machen, und habe mir ein Video angeschaut. Findet man auf Mo's Homepage. Ask Mo, also frag Mo, so eine Frage-Antwort-Stunde, da können Fans einfach ein paar Fragen stellen und er beantwortet sie sehr, sehr ehrlich. Und dieses Video, das übrigens über zwei Stunden geht, habe ich mir angeschaut und habe mich also schon auch ein bisschen informiert. Entschuldige dir, zwei Stunden deines Lebens. Allerdings. Ganz ehrlich, da sind die drei Minuten von meiner letzten WhatsApp-Sprachnachrichten-Scheiß-Dreck Wollte gerade sagen, können wir abziehen. Und da hast du gesagt, bevor dieses eine Buch überhaupt fertig ist, hast du schon den Titel für dein zweites. Und zwar ist das wie so ein… als ob du das deinen Kindern erzählen würdest, die du noch nicht hast. Aber als ob du ihnen da so Sachen mit auf den Weg geben möchtest. Und da war eine Weisheit… Ich habe ja nur ein Beispiel gegeben. Genau. Es schmeckt alles besser mit Maggi. Also alles Herzhafte habe ich ja dann noch spezifiziert. Genau. Okay. Machst du das wirklich? Machst du überall Maggi rein? Ja, das halte ich… Also wie gesagt, das Buch heißt, das sollst du wissen, voller Weisheiten, Lebenstricks und so. Ja klar. Alles Herzhafte schmeckt mit Maggi besser. Okay, jetzt weiß ich, du bist ja Veganer, du hast aber bestimmt auch mal früher Eier gegessen. Hast du da auch Maggi drauf gemacht auf die Eier? Weil das machen ja die meisten, oder? Also ich kenne das von mir zu Hause. Mein Mann und mein Sohn, die machen… Auch so gekochte Eier. Ja. Ich glaube, das habe ich nie gemacht. Okay, wo machst du Maggi drauf? Also außer auf Eintöpfe oder Curry oder wo machst du Maggi drauf? Auf… Auf alles. Wenn ich einen Burger mache, mache ich ja Maggi drauf. Nein, das ist nicht dein Ernst. Auf einen Burger. Ja, wenn ich Nudeln mit Pesto mache, mache ich ja Maggi drauf. Wenn ich Risotto mache, mache ich ja Maggi rein. Echt jetzt? Ja, Mann. Okay. Gut. Jetzt muss ich mich erstmal wieder sammeln. Aber das ist cool. Okay. Was mir auch aufgefallen ist, als Freund der schönen deutschen Sprache ist, dass du nicht nur in diesem Video Ask Mo, das ich mir angeschaut habe, sondern das fiel mir auch schon früher auf… Dass ich Akklimatisation nicht sagen kann. Nein. Okay, aber dafür haust du es an anderer Stelle wieder raus. Du benutzt den Konjunktiv 2. Ah, wie schön, oder? Und du sprichst so oft im Präteritum. Ah, wie schön, ja. Jetzt war ich ehrlich. Es gibt eine Stelle in dem Ding, ich weiß nicht, was für ein Wort das ist, da komme ich irgendwie nicht drauf. Gewenne. Gewenne. Gewenne, ja. Und ich frage mich, ob es Gewenne oder Gewinte heißt. Da haben wir es dann eingeblendet, es heißt Gewenne. Richtig. Weil ich habe mich nämlich auch vorbereitet, der Konjunktiv 2 wird gebildet mit dem Präteritum, und wenn da ein A drin ist, wird es ein äh. Verstehst du, was ich meine? R gewann? Also ich… Ja, aber das sind so viele Ausnahmen. Ja, gut, okay. Ja, wie auch immer, das wollte ich nochmal so als kleines Kompliment mit auf den Weg. Welche Frau hat dir jemals gesagt? Oh mein Gott, Moses, du benutzt den Konjunktiv 2 so schön. Das habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gehört. Nein! Hä? Shit ey, jetzt dachte ich. Okay, Moses, ich finde es so schön, dass du dir Zahlen überhaupt nicht merken kannst. Ja. Dankeschön. Den Geburtstag, also du hast gesagt, deinen Geburtstag, den kriegst du gerade noch hin? Mhm. Und den von Goethe, vielleicht. Kriegst du hin? Ja, heute kriege ich ihn hin. Warte! Echt? Okay, sag mal. Ich suche nur schon mal währenddessen. Ja, 28. August 1749. Weil ich es mir da halt wieder vor Augen geführt habe. Okay. Weil… Ich bin immer unsicher, ob es das Jahr mit der Neuen ist oder der Tag. Okay, weil ich hätte dir sonst mal kurz vorgespielt. Ich habe vorhin mit meinem Sohn kurz gesprochen. Ja, sag mal, kannst du mir den Geburtstag von Goethe sagen? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Johann Wolfgang von Goethe. Ja, genau den. 28. August 1749. Dankeschön. So, sieben Jahre alt. Ich halte das von, das Mami in Frankfurt hat, gell? Ah, nicht? Nee. Warte mal, die Julia versucht mir gerade irgendwas. Hab ich… Das ist doch ein glänzendes Papier. Mein Mikro ein bisschen zu… Mir die Haare. Meine Haare ist okay. Dankeschön. Ja? Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt wieder gut verstehen. Sagt man nicht in Frankfurt dieses Von-Ding da? Bürgerliche Scheiße. Okay, sorry. Lass es mal ein bisschen ernster werden. Denn… Auja. Das ist vielleicht auch so eine Sache, die ganz viele Menschen da draußen nicht nur interessiert, sondern über die viele nachdenken. Dir wurde die Frage gestellt, was du aus den Fehlern deiner Eltern gelernt hast. Und wenn ich mich recht entsinne, hast du geantwortet, dass das mit dem Zusammenleben mit einer anderen Person nicht funktioniert in einem Haushalt. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, ich habe nicht gesagt, dass das nicht funktioniert. Ich habe gesagt, dass ich die Konsequenz daraus zog. Okay. Entschuldige, wenn ich… Also nicht mit anderen Menschen… Entschuldige, wenn ich sehr provokant oder provokativ… Heißt das in dem Fall provokativ oder provokant frage? Egal. Wenn ich da so ein bisschen härter frage und sage, ist das nicht ein bisschen feige? Also… Woher diese Entschuldigung… Verstehe ich. Verstehe die Frage. Ja, das ist gut. Vielen Dank. Hast du mir weitere… Ja, das ist schon ein Versuch, gewissen Konflikten von vornherein aus dem Weg zu gehen. Das ist richtig, ja. Okay. Hast du es denn schon mal probiert? Ohne da jetzt zu diskriminieren? Okay, aber ist es nicht manchmal auch Aufgabe von uns Kindern, egal wie alt wir sind, es manchmal besser zu machen? Ja, mach ich ja. Nee, du vermeidest einfach nur die Situation. Genau, ganz genau. Aber vielleicht entgeht dir da das größte Glück, das weißt du doch gar nicht. Ja. Also das hat mich echt wirklich nachzudenken. Wenn wir bei diesem Erstmoding sind, übrigens auf 3P TV, ne? Ja. Auf YouTube. Ähm… Ich… Ähm… Ach komm. Trink doch mal einen Schluck. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen… Ähm… Ich glaube, dass ich… ein relativ sensitiver Mensch bin. Mhm. Und, ähm… So auf der Suche nach… Glück. Ne? Einfach auch die Entscheidung treffen muss, guck mal, da geh ich nicht hin, da passiert das und das. Oder da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das und das passiert groß. Ich begebe mich gar nicht erst in die Situation. Mhm. Ähm… Ich sage auch in diesem Interview, ähm, da ist irgendwie die Frage, ja, ähm, lieber in Gesellschaft oder alleine. Ja. Und meine Antwort ist, ähm, wahrheitsgemäß, dass die, ähm, Freiwilligkeit der Sache die Süße gibt, ne? Wenn ich jetzt… Guck mal, ich bin jetzt voll gerne hier und tausche mich mit dir aus. Ja. Voll toll. Wenn ich das jetzt die nächsten vier Wochen am Stück machen müsste… Wärst du der glücklichste Mensch der Welt. Wäre das… Wäre das ein Albtraum. Weißt du? Schade, dass wir aus unserer Meinung so auseinander gehen. Bei dem Ding, dass man dann einfach nach Hause gehen kann, die Tür zumachen kann und sagen so, jetzt, ähm… Ja, aber ist das nicht grausam? Dann kann ich hier in Unterhose rumlaufen. Also ich habe ja auch in meinem Freundeskreis Menschen… Ich habe aber Freunde, äh, in meinem Bekanntkreis, äh, die dieses, die dieses, dieses alleine wohnen, sag ich jetzt mal. Es ist ja nicht nur das alleine sein, sondern das alleine wohnen und ihre Freiheiten nicht aufgeben möchten. Aber ich bin halt ganz oft davon überzeugt, dass dahinter eben diese Angst steckt, dass es schief gehen könnte. Du willst mir helfen, ne? Aber ich brauche keine Hilfe, ne? Nein, nein… Ich bin nicht verloren. Ich schaue mich einfach nur um. Wenn ich dir helfen wollte, würdest du am Ende noch eine Rechnung bekommen für diese psychotherapeutische Sitzung. Aber nein, dem ist nicht so. Nein. Was ich meine ist, aber es hat mich wirklich sehr, sehr beschäftigt, weil ich das natürlich auch aus meinem Bekanntenkreis kenne. Und ich frage mich, ist es das wert, ähm, aus Furcht, das überhaupt nicht erst zu probieren und in diesem Zustand zu bleiben, der dich sicherlich glücklich macht. Ich sage ja überhaupt nicht, dass du unzufrieden bist. Ganz im Gegenteil vermutlich. Aber vielleicht gibt es dann nochmal mehr Glück und nochmal mehr Zufriedenheit. Das weißt du ja nicht. Aber sollte man, wenn man schon glücklich ist, unbedingt noch glücklicher sein wollen? Touché. Ähm, ich glaube halt auch, dass… Ich habe natürlich auch mein Leben so eingerichtet, dass ich meiner sehr speziellen Arbeit nachgehen kann, wie ich das tue. Dass die halt wirklich so im Mittelpunkt steht. Ja. Alles andere, pass auf, erzähl mich nicht hier, da geht's lang. Okay. Ähm, ich fühlte mich sehr schlecht, wenn ich einen anderen Menschen dazu zwänge, das mitzumachen. Weißt du? Ja. Also ich habe schon auch, ähm, ein bisschen das Gefühl, wenn jemand bei mir ist, den auch… Also jetzt nicht unbedingt entertainen zu müssen, ne, aber mich schon um den bemühen zu müssen, ne? Ein bisschen auf den einzurichten, ähm, zuzuhören, sagen, was brauchst du denn, ne? Und wenn da jemand anders in diesen vier Wänden ist, ähm, einfach meinem Ding nachzugehen, das fühlt sich für mich schon mal komisch an. Echt? Ja. Aber du musst doch dem Menschen dann auch zutrauen, dass er für sich selbst entscheiden kann, ob er das möchte oder nicht. Mhm. Und vielleicht dazulernen, dass es sich vielleicht erstmal für dich komisch anfühlt, aber dass es vollkommen okay ist. Wobei ich genau weiß, was du meinst, also, aber ich finde das halt sehr, sehr anstrengend. Ich kenne das ja auch sehr gut, dieses, nicht nur sich kümmern müssen, sondern halt auch so, ich nenne es mal jetzt nicht entertainen, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber… Aber auf jemanden eingehen. Ja, genau. Das ist oft sehr anstrengend, aber es ist ja trotzdem jedem Menschen in einem gemeinsamen Haushalt erlaubt, auch für sich zu sein und sein eigenes Ding zu machen und das findet der andere vermutlich dann genauso toll. Mhm. Ja. Ja. Denk mal drüber nach. Ja, ich habe es halt lange nicht erlebt. Ich bin mit 17 zu Hause ausgezogen und genieße es seitdem tatsächlich sehr. Achso, ich kann es voll nachvollziehen. Alleine sein ist schon auch sehr, sehr geil. Es gibt Menschen, die können das überhaupt nicht und es ist schon auch ein Geschenk, das auch einfach zu können und genießen zu können, das muss man schon sagen. Bevor wir jetzt hier weiterquatschen, weil wir haben vorhin schon so oft geprostet, müssen wir mal dazu sagen… Gibt es eigentlich noch Wein? Also kalten? Mit Sicherheit. Der steht hier ja mehr so zur Deko. Ja gut, damit halt auch alle sehen, was wir hier trinken, ohne dass es jetzt wirklich direkt Werbung sein soll. Das ist voll Mosé, gell? Mosé! Mosé! Okay, aber was hat es damit auf sich? Weil das ist ja relativ neu. Ich meine, von dir gibt es viel Merchandising-Zeugs und so, aber das ist ja echt neu. Guck mal, ich glaube, die Julia ist so ein… Ach, guck mal, da ist der Wein. Erzähl du mal, kann ich ganz kurz aus dem Bild gehen, ohne dass hier was explodiert? Ja, ne? Erzähl du mal weiter, was es mit diesem Wein auf sich hat. Ach! Sag doch mal! Wir verticken so auf unserer Seite gerne alles mögliche Zeug, das ich halt in meinem Leben haben will, ne? Ja. Den Wein habe ich halt einfach unfassbar gefeiert und dachte, hier so, komm, den verkaufen wir jetzt auch. Okay. Das ist aber nicht so, dass das Stück vom Weinberg oder so dir gehört? Ne, leider nicht. Leider nicht. Ja, das wäre doch auch mal ein Projekt. Ja, das käme mir sehr entgegen. So, cheers. Okay, also das wird vertickert, bekommt man bei dir auch von Frankfurt with Love. Ist das das Wappen von Frankfurt? Mhm. Oh Gott, ich habe so gar keine Ahnung. Ich mag ja Frankfurt. Ja, das ist der Frankfurter Adler. Habt ihr auch einen Wappen in Offenbach? Warum? Guck mal, gibt's die schon wieder gelöstet? Schon wieder gelöstet? Gibt's einen Wappen? Habt ihr oder... Weißt du nicht? Ne, ich bin jetzt gerade echt... Haben wir... Haben wir einen Wappen in Offenbach? Natürlich habt ihr einen Wappen. Du kennst das halt vielleicht nicht, aber... Also ich weiß... Einen Wappen hat ja jeder. Von Offenbach-Bürgel weiß ich. Wenn es irgendwie drei Haselnüsse sind oder so. Ne, wirklich... Warte. Jeder hat ja irgendwas. Also von... Von Bürgel, da wo ich wohne, in der Stadt halt, da weiß ich, dass wir ein Wappen haben. Und zwar? Drei Haselnüsse. Das ist so... Das sieht aus wie so ein Handwerker-Wappen. Das ist so... Ich meine, das ist ein Hammer und... Noch irgendwas so... Sichel? Blau-Weiß? Nein. Ähm, warte kurz. Ich google das mal schnell. Wappen Offenbach. Das ist sehr, sehr peinlich, dass ich das nicht weiß. Wappen Offenbach. Guck mal, guck mal. Ach, das hätte ich eigentlich wissen müssen. Das ist auch immer hinter... Hinten drauf gewesen. So ein Zeugnis und so. Ne, das Zeugnis war dieser... Entweder der Löwe. Der Hessel-Löwe. Scheiße. So sieht das aus. Also mal frage ich trotzdem, was ist denn das jetzt, gell? Das ist eine gute Frage. Ich sage es dir. Der Autor ist... Ähm, keine Ahnung. Andere Version. Ich... Hiss Flagge mit... Ich hab keine Ahnung. Ich weiß, aber es ist auch total unhöflich, während eines Gesprächs ins Handy zu schauen. Ich weiß es nicht, aber da kamst du... Also, ich möchte mal kurz sagen, als Moses hier ins Studio kam, hat er mir auch direkt eine Frage gestellt, die auch direkt auch mit Offenbach zu tun hatte. Ha? Ha? Magst du die nochmal öffentlich stellen? Ich kann mich nicht erinnern. Weißt du, was wir machen können zwischendrin? So ein Entweder-Oder-Spiel. Oh ja. Es kann aber zwischenzeitlich auch ein bisschen fies werden. Da musst du dann durch, ne? Mhm. Okay. Also. Und auch nicht so lange überlegen. Du bist jemand, der gerne lange in sich hineinheucht. Das muss relativ spontan kommen. Zack, zack, zack. Apfelwein oder Bier? Alles zu seiner Zeit. Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Was schaust du gerade für eine Serie? Ähm... Community... Community College, Community irgendwie sowas. Okay, kenne ich überhaupt nicht. Fanta 4 oder Böse Onkels? Ja, was? Sag mal, wollen wir fragen? Ja gut, für mich sind die Fantastischen 4 eine Band aus Frankreich. Okay. Brünett oder blond? Kann ich mich nicht festlegen. Tofu oder Seitan? Tofu. Echt? Ja. Ich finde diese Seitan Filets eigentlich ganz cool. Ich finde mit Seitan kann man viel mehr anstellen, weil es sie oft in so unterschiedlichen Konsistenzen gibt. Aber gut. Ja, wenn Tofu geil gemacht ist, das finde ich super. Okay. Frühling oder Herbst? Ähm... Finde ich beides tatsächlich super. Frühling hat so noch ein bisschen das Versprechen von nahenden Sommer. Das ist noch ein Tick geiler. Geschriebene oder gesprochene WhatsApp Nachrichten? Auf jeden Fall geschrieben, Evan. Da ist man ja getfungen, sich kurz zu fassen, weil das Schreiben so aufwendig ist. Das habe ich bei deiner Nachricht. Wenn das, was du mir da mitteilen wolltest, wenn du das hättest schreiben müssen, dann wäre das ein sehr viel kürzerer Text geworden. Genau, aber darauf hatte ich ja keine Lust. Aber da wird halt dann geschwallt und ja und ja und außerdem schönes Wetter, Vögel zwitschern und bla. Das habe ich überhaupt nicht in der Sprachnachricht erzählt. Das waren wirklich handfeste Informationen zu dem Ablauf des heutigen Abends. Einfach ganz normal dreieinhalb Minuten meines Lebens geklaut. Wirklich, handfeste Informationen. Ja, ich weiß auch nicht genau, was wir machen muss, aber es wird geil. So. Habe ich zu viel versprochen? Aber warum dauert das dreieinhalb Minuten? Ja, wir Frauen teilen uns gerne in einer höheren Anzahl von Wörtern mit. Und das war, was ich dir mitteilen wollte. Ich habe keine neue Informationen bekommen. Es war immer noch, ich weiß nicht, was wir machen, aber es wird auf jeden Fall geil. So. Oh Mann, ey. Rücken- oder Seitenschläfer? Seite auf jeden Fall. Ja? Schon immer oder wechselt es? Letzte Nacht habe ich mich mal so kurz auf den Rücken gelegt und bin davon wach geworden, wie ich es jetzt geschnarcht habe. Das ist übel, ey. Aber warst du schon immer Rückenschläfer, weil? Nein, Seite, Seite, Seite. Seitenschläfer, weil es gibt ja? Immer schon. Immer, immer? Immer, immer. Weil bei mir gibt es so verschiedene Phasen. Also ich habe als Kind immer auf dem Bauch geschlafen, dann als Jugendliche immer auf dem Rücken, dann Seite und jetzt schlafe ich wieder auf dem Bauch. Und ich kann jetzt auch in keiner anderen Position einschlafen. Also wenn ich Seite sage, meine ich eigentlich auch so Bauch, ne? Also ich weiß, wie du meinst. Hast du ein Seitenschläferkissen? Naja. Weißt du, was das ist? So eine Wurst, weißt du so, die du dann so zwischen die Beine klemmen kannst und so umarmen auch. Da bist du nie alleine. Oh, play that shit. Okay, hätte das sein können. Also ich finde das eigentlich ganz geil. Teppich oder Fliesen? Oh, können wir nicht Parkett haben? Nein. Dann Fliesen. Okay. Aber eigentlich Parkett. Ja klar, Holz, ne? Hast du recht, hast du recht. So. Sabrina Settler oder Xavier Naidoo? Ich habe gesagt, es kann fies werden. Kann ich mich nicht festlegen. Das war schon von dem Entweder-Oder-Ding, muss ich sagen. Oh Mann! Ja, was? Wollen wir noch von vorne machen? Gucken wir, ob wir zu den selben Ergebnissen gelangen. Was ich noch fragen wollte ist, weil du gesagt hast, wenn Tofu gut gemacht ist, dann schmeckt es richtig gut. Ich sehe auch ganz oft auf deinem Instagram-Account, du bist ja schon auch viel selber am Essen machen und in der Küche und so und ich weiß, ich habe es schon mal erwähnt, aber es gibt auch viele, die das gar nicht wissen, dass du Veganer bist. Schon ewige Zeiten Vegetarier, seit einigen Jahren Veganer. Natürlich dann auch entsprechend kochst. Was kochst du am allerbesten? Risotto. Risotto. Ja, ich koche einfach insgesamt nicht gut, aber gerne. Echt? Ja, macht das voll Spaß. Es beruhigt mich. Ich habe das Gefühl, was Sinnvolles zu tun. Das ist geil. Aber nichts davon ist so richtig krass, aber am meisten gelobt worden bin ich bisher für mein Risotto. Gibt es denn speziell? Weil ich glaube, es gibt ja verschiedene Risottos, ne? Also so Kürbis-Risotto gibt es? Ja, was halt da ist. Kommt rein. Okay, alles klar. Was ist das Geheimnis am Risotto? Ich mache es zum Beispiel gerne mit Bohnen und Spinat. Bohnen im Risotto macht, glaube ich, keiner sonst. Weiße? Rote? Ja, was halt da ist. Okay. Reste-Risotto. Aber am liebsten. Wir nennen es einfach Reste-Risotto. Aber sonst geht weiter. Das ist geil. Heute wieder Moses Reste-Risotto. Ähm. 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 Genau. Und was ich auch über dieses Ask Mo erfahren habe, davon wusste ich noch gar nicht. Ich bekomme ja immer so ein bisschen was aus deinem Leben mit. Aber du hast relativ guten Kontakt zu Tim Melser, zum Koch. Habe ich das richtig verstanden? Ja, nee. Dass ihr mal geplant habt, irgendwie ein Restaurant zu machen? Ich war völlig perplex. Nee. Nein. Ich habe den in meinem Leben viermal gesehen. Fünfmal, ne? Ah, okay. Ähm. Aber ich war kürzlich in seinem Podcast. Okay. Der Vite-Gastro-Podcast. Stimmt. Ähm. Da haben wir uns auch zwei Stunden lang sehr schön unterhalten, wie ich finde. Ja. Ähm. Und auch mal darüber gesprochen, wie das so ist mit veganen Restaurants und so. Und ihn interessiert das glaube ich sehr. Ja. Aber er selber ist kein Veganer, ne? Nee, nee. Quatsch. Aber ist sehr offen dafür. Ja gut. Das glaube ich. Es bietet auch so unheimlich viele Möglichkeiten. Das merke ich selber. Also ich bin ja nicht hundert Prozent vegan, versuche aber soweit es geht. Auf jeden Fall vegetarisch, aber so wo es geht halt auch vegan zu kochen. Und es gibt so unheimlich viele Möglichkeiten. Und es macht das alles so spannend. Ähm. Ich frage mich halt nur, ob das gerade so ein, also es wäre schön, wenn es ein Trend ist, der länger bleibt. Aber ist das etwas, worüber du nachdenkst? Vielleicht, also es gibt ja ganz viele Menschen, die davon träumen, irgendwann mal ein Restaurant zu öffnen. Selbstständig, Gastronomen. Ist das etwas, wo du sagst, boah, das könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. So als kleines Projekt. Wobei so ein Projekt macht man halt auch nicht nebenbei. Also ich habe darüber schon ganz oft nachgedacht. Also nur wie jeder, der gerne trinkt, habe ich immer mal darüber nachgedacht, eine Bar zu machen. Genau. Das ist so das ja, ja. Ist ja klar? Ich träume schon lange von einem veganen, kleinen Restaurant. Ähm. Ich habe aber leider ganz, also überhaupt keine Ahnung von Gastronomie. Mhm. Ähm. Und das sagte ich ja auch, ne? Für mich ist es geil, dass der Tim und seine, der hat halt auch fantastische Köche da, ne? Also die haben, ich war danach dann auch in der Bullerei, Zeug gegessen, was die so gemacht Wo ist die Bullerei? Wo ist das? Ja, halt in Hamburg. Achso, okay, weiß ich nicht. Okay, in Hamburg, ja. Ähm. Das ist fantastisch, was die machen, aber halt sehr aufwendig, ne? Also das geilste für mich waren die Pommes, das waren die besten Pommes meines Lebens, ne? Aber für die sind halt Pommes irgendwie nix. Ne? Die sagen auch, ja, die müssen geil sein, aber... Also bei Beilage oder was, ne? Nur eigentlich für die, oder? Ja, ja klar. Ja, okay. Ähm. Und die Sachen, die ich koche und in der Regel liebe, sind eher einfach, ne? Deshalb weiß ich halt nicht, ob ich dazu jemanden wie den Tim oder seine Kollegen brauche, ähm, weil in meiner Vorstellung gäbe es in meinem Restaurant halt diese einfachen Sachen, auf die ich halt stehe. Geile Pommes, geilen veganen Döner, ähm, geilen Burger, ähm, Risotto, Ciao-Kakao. Zeugs, worauf du Bock hast, die Frage ist halt nur, ich glaube, so ein Restaurant, viele denken halt so, boah, ich mache ein Restaurant auf. Also zum einen ist es natürlich ein Fulltime-Job. Das zweite ist, glaube ich, das... Aber ohne einen vernünftigen Partner, der das auch will, wird das nicht passieren. Okay. Ganz einfach. Ja, wenn du keine Ahnung hast, glaube ich, das ist auch tatsächlich schlauer, das so anzugehen. Und auf der anderen Seite stelle ich, also weiß ich ja, dass du jemand bist, der alles mit sehr viel Leidenschaft macht. Und, ähm... Ja, dafür muss man... Weniger nett sagen, ne? Halt, man könnte sagen, detailverliebt, das wäre immer noch so nett. Man könnte auch sagen, du bist ein Spinner, der überall in jedem Ding... Nein. Ja, nee, das muss aber so liegen. Nein, du machst alles, was du tust mit Leidenschaft und auch sehr bedacht. Da knüpfe ich gerade an das Gespräch an, das wir hatten, bevor wir hier live gegangen sind. Ich merke halt auch, wie mir das im Wege steht, Ezrin. Wieso? Für mich ist es nicht nur eine gute Eigenschaft. Ehrlich nicht? Ja. Ich folge so auf Instagram Rick Rubin. Ja. Das ist so ein Überproduzent für mich. Und der sagt auch so, dieses detailverliebte, das wird dir helfen, bis es dir nicht mehr hilft. Klar, es grenzt natürlich an Perfektionismus und der steht einem irgendwann immer im Weg. Aber das macht dich halt so... Ich weiß nicht, ich finde gar nicht das richtige Wort, aber wenn man Dinge so leidenschaftlich macht, das macht einen so echt. Das macht einen angreifbar auf der anderen Seite, aber es ist so, du machst etwas entweder ganz oder halt gar nicht. Ja, man könnte es ja auch leidenschaftlich machen, ohne dass es schluri wird, ohne dass es halt diese Verbissenheit, dieses und nochmal von allen Seiten anschauen und nee, vorher lass ich es nicht los und so. Bist du in allem so verbissen? Oder bist du bei deiner Kunst, bei Musik, da erst recht? Ja, da ganz besonders jedenfalls. Ja, aber wie lange brauchst du denn dann, um einen Song fertig zu machen? Ja, das ist ja. Das ist ja. Pass auf, da haben andere schon fünf Songs rausgehauen. Da bin ich immer noch, nee, vielleicht wäre das Wort hier doch schöner. Und merkst du im Laufe der Zeit, dass du da lockerer wirst? Oder wird es sogar noch schlimmer? Ehrlich gesagt, glaube ich, dass das Gegenteil der Fall ist. Okay. Und ich bemühe mich darum, da wieder eine Leichtigkeit zu gewinnen. Das Problem ist ja folgendes. Ich würde mich ja schon in gewisser Weise auch als Perfektionistin bezeichnen, muss aber sagen, dass ich mit zunehmendem Alter merke, dass es anstrengend ist. Und in dem Moment, wo es mir bewusst ist, schaffe ich es schon manchmal. Also natürlich verfällst du wieder in gewohnte Muster, aber in dem Moment, wo du es dir wieder vor Augen holst, ist es ja wieder da und denkst du, okay, mach dich doch mal locker. Voll. Entschuldige. Sag du. Naja, ich glaube, man muss bei dieser Kunst vor allen Dingen verstehen, dass ich nicht deren Schöpfer bin, sondern ich versuche nur, Goethe formulierte das mal, vortreffliches entdecken und es festzuhalten. Ja. Wenn du dich dabei zu wichtig nimmst, leidet das Ding darunter. Also ich kenne Stücke, die habe ich kaputt produziert. Echt? Ja. Und kann man da nicht ein, zwei Schritte wieder zurückgehen? Ich bemühe mich darum. Okay. Nein, ich meine nicht in deinem Verhalten, sondern okay, also da ist so ein Stück, das hast du kaputt produziert und du weißt ja, was du… Ja, das ist ja das Tolle am Musikproduzieren, dass man da eigentlich zurück kann. Ja. Nur, das ist halt eine Information, die ich gewann, zwei Jahre nachdem das Stück veröffentlicht wurde. Ah, okay, verstehe. Okay, dann bring das Ding doch grad nochmal raus, ein bisschen reduziert da und was meinst du vielleicht… jetzt wieder mit dem Krach zwischen den Worten. Liest du denn auch so Bücher, die dir da so ein bisschen helfen? So dieses Loslassen, dieses… Das hat ja auch… Also dieser Perfektionismus vermittelt einem selbst ja auch immer das Gefühl, dass das, was man macht, nicht reicht. Also dass es nicht gut genug ist und so. Also liest du auch so Zeugs? Ne, ich komm ja schon über dieses Preußische, ne, durch Kampf zum Sieg, ne. Ich bleib hier sitzen, bis Gott mir das Stück schenkt. So, ne. So komm ich ja an dieses ganze Ding. Und das hat sich für mich auch schon bewährt. So eine gewisse Beharrlichkeit, eine gewisse Aufopferung und so. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ja. Da ist schon was dran. Ja. Aber viel davon lebt halt auch von der Leichtigkeit, ne. Wenn du die Hände frei hast und nicht an jedem Detail festhältst, ne, dann kannst du natürlich viel leichter auch was fangen, was dir geschenkt wird. Da muss es irgendwie ein vernünftiges Zwischending geben. Ja, ich dachte auch immer, dass man mit dem Alter irgendwie immer weiser wird. So, weißt du, diese innere Weisheit und dass man dann irgendwann auch… Ja, aber in fünf Jahren nochmal gucken, ne. Vielleicht sag ich dann, du, pass auf. Und da rückst du Kakao. Genau. Ich mach so irgendeinen Song, fertig, mir egal, kann ich mich auch nicht hören. Nee, das Ding ist, ich mach den ja nicht. Ja, ich weiß. Sondern, pass auf, das ist da hingefallen, das liegt da gut, weiter geht's. So, ne. Aber es ist die Frage, ob es dann auch noch Kunst ist. Also, weißt du, wenn du es… Ist es nicht genau… Ist es nicht diese Kunst? Wenn du Kunstler bist, hier reinkommst und siehst, dass die Flasche hier so steht und sagst, pass auf, dass ich erkenne darin was, dass es geil so ist, dann ist es Kunst. Okay, aber wenn man das jetzt projiziert auf die Songs, finde ich das ein bisschen wenig, um ehrlich zu sein. Denn es ist ja schon etwas, was du kreierst und was jeder Einzelne für sich an diesem Ding, dass du da… Ich will ja nichts kreieren, sondern ich will, was es schon gibt, festhalten. Eine Wahrheit festhalten. Boah, okay. Ein Gefühl, das ich ohnehin habe, entäußern, greifbar machen, damit du… Was ich dir jetzt in diesen Gesprächen nicht erklären kann. Wenn ich dir vorspiele und wenn ich Glück habe, fühlst du mich danach einfach viel, viel mehr. Ja. Okay, hängt es damit zusammen, dieser eine Satz, der ist mir auch in Erinnerung geblieben. Vielleicht bringt es das auf den Punkt, als du gesagt hast, hör mal zu, Musik machen und so, das ist hier nicht einfach für mich, Digga, so einen Song machen, sondern das ist für mich viel mehr. Also ist es das? Ja klar, für mich ist es… Mir macht das unfassbare Freude. Ja. Aber das ist kein Spaß, ne? Das ist nicht irgendwie… Das ist nicht Entertainment? Ach, Entertainment mein Arsch. Überhaupt nicht, ne? Überhaupt nicht, ne? Okay, dann erklär mir das. Eine heilige Sache ist das für mich. Ganz einfach, ne? In weiße Fahne sage ich das, ne? Ja. Diese heilige Pflicht. Das ist kein Spaß, Mann. Warte, ich habe diesen Satz nämlich aufgeschrieben. Genau so hast du den gesagt. Warte kurz. Und zwar… Ich mache nicht einfach so Mucke, Digga, hier passiert für mich was ganz anderes. Ja, und ich habe mich ja dann darauf zurückgezogen und gesagt, guck mal, lass uns mal mich ausrasten und sagen, okay, das ist Kunst. Okay. Aber für mich ist es mehr als das, ne? Kunst ist für mich so ein Füllwort dafür, mit den letzten Dingen in Verbindung treten zu wollen, ne? Wie gesagt, formulieren zu wollen, warum ich hier bin, was, was macht man hier eigentlich? Jetzt hast du gerade… Sinn und Zweck und alles. Das ist eine ganz irre Suche, ne? Ja, ja, okay. Ja, ja, ja. Ich habe das schon verstanden, es ist schwer, in Warten zu passen. Ich versuche also alles zu kompensieren. Und wieder beim Thema werden, ob ich dir helfen kann. Ja, ja. Kannst du mir helfen. Nein, du hast gerade Weiße Fahne angesprochen, von dem neuen Album, das ja vor kurzem rausgekommen ist. Weiße Fahne ist der Track, wo du singst, oder? Ja. Okay. Moses ist nicht mehr nur am Rappen, sondern singt auch. Der ist jetzt voll Sänger, Digga. Muss man ja sagen. Gut. Also bei Wikipedia steht er drin als Sänger. Ja. Ja, ich glaube für die Leute, Rapper, Sänger, alles kommt selbe, auf jetzt. War das geplant? War das geplant, in einem Song auf dieser neuen Platte auch wirklich zu singen? Oder kam das mit diesem Prozess, den du eben beschrieben hast? Oh, das wird eine lange Antwort. Ja, hau rein. Ich habe Zeit. Jo. Also zum einen, Weiße Fahne ist so ein intimes, persönliches Lied. Und auch von der Darreichungsform her so reduziert. Also, wonach ich mich übrigens auch immer sehnte. Ich stehe ja eigentlich drauf, so 180 Spuren zu stacken und Elemente, die du gar nicht hörst und bla bla bla. Das heißt also, dieses Ding hast du nicht kaputt produziert? Ja, ja. Ich kämpfe darum, wieder zurück zu dieser Einfachheit zu gelangen. Im Moment passiert das noch über rausschmeißen, rausschmeißen, rausschmeißen. Ja. Aber, wie gesagt, Weiße Fahne ist ein sehr, sehr reduziertes Stück, sehr intimes Stück. Wie gesagt, inhaltlich und von der Darreichungsform her. Da gab es dann die Idee dieses gesungenen Refrains. Von wem kam die? Ja, von mir. Okay, gut. Ja, aber die Refrains kommen ja so immer von mir eigentlich. Ich habe ja ganze Gesangsplatten geschrieben, die andere Leute gesungen haben. Also wäre es da auch möglich gewesen zu sagen, okay, ich frage mal die Evren, ob sie singen will. Wie gesagt, das Stück ist aber so intim, so persönlich und alles so klein und Dings. Es wäre für mich total absurd gewesen, da jetzt noch ein weiteres Element dazuzunehmen und Mark Forster singen zu lassen oder so. Ja. Ja. Ich muss das selbst machen. Okay. Ja, aber der Mark Forster singt besser als ich. Ja. Ja. Aber, aber. Du bist raus gekündigt. Nein. Aber, aber, der ist halt nicht du. Deshalb, ne, du wirst es selbst machen müssen. Aber dann ist es dir auch nicht schwer gefallen, oder? Nee, als ich das erkannte, fing ich an, bei einem Freund von mir Gesangsstunden zu nehmen. Ehrlich? Ja. Okay. Und dabei war eines der Stücke, mit dem wir so ausprobierten, halt auch Juli von Tex. Ja. Und es hat mir solche Freude gemacht, dass ich das dann auch noch gleich auf die Platte geklappt habe. Okay. Ich singe seit 30 Jahren, ne, Leuten vor. Ja. Guck mal, das und das, ich hätte gerne das und das, kannst du das machen, Bruder. Ja. Aber dann so richtig? Aber halt nicht auf der Platte. Ja. Da hast du wirklich Gesangstunterricht genommen? Ja, klar. Ach, da wäre ich gerne dabei gewesen. Das ist ja, er hat mich ja auch die ganze Zeit davon abgehalten, selbst zu singen, also öffentlich. Pass auf, ich weiß halt, dass die geiler singen als ich. Ich bin eigentlich doof, ich kann das ja, ich hör das halt, ne. Andere, hab ich das Gefühl, die hören ja nicht, dass sie nicht singen können. Ja, da gibt's einige. Deshalb halte ich da so eine gewisse Scheu für ganz vernünftig und normal, ne. Okay. Okay. Aber, jetzt kommt der Punkt, du sagst, pass auf, muss halt nicht jeder singen wie Save I Do. Kann auch. Wenn jemand das ernst meint und das sein Blut ist. Ja. Lass mal machen. Ja. Das hört man auch tatsächlich in weiße Fahne. Aber krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, dass da, ich nenn's jetzt mal ein Gefühl, also dass da so ein großes Gefühl der Unsicherheit in dir drin ist, dass du da wirklich dich nochmal so für dich selbst vergewissert hast. Aber du wirst vermutlich vorher nicht schlechter gesungen haben. Weißt du, was ich meine? Aber das ist so dieses eigene Gefühl von... Nein, das, was der Richard, mein Freund, mir da gab, der ist halt hauptberuflich Gesangslärger, ne. Das ist, ich sehe, dass ich da einen großen Schritt gemacht habe. Ach krass, okay. Alles klar. Und wenn du das... Das macht mich immer noch nicht zum großartigen Sänger, will ich festhalten, ne. Aber zu einem, der sich damit zumindest mal wohl genug fühlt, es auch vor Menschen zu tun. Ne. Und ehrlich gesagt, ich denke jetzt gerade an die Tour. Also, das im Studio zu machen, ist das eine in der Halle, nicht nächster Take, sondern jetzt sofort, Bruder, ist das andere. Hast du ja schon zweimal gehabt dann jetzt auf der Tour jetzt, logischerweise. Wie war's? Ja, das war tatsächlich sehr schön. Ja, ne. Also hat mir auch große Freude gemacht. Wie ist das eigentlich mit Lampenfieber? Hast du noch, ne? Jede Menge. Okay, Gott sei Dank. Richtig Panik. Richtig immer? Richtig. Vor jedem Gig. Total. Also nicht nur vor den Gesangsparts, sondern dann auch wirklich vor jedem Gig. Ja, vor dem Gesangsparts ist mir schon wieder egal. Das sind wir so tief in der Show, dass das jetzt, ne. Aber ey, so eine Stunde vor der Show. Wie äußert sich das? Auf Emona ist in der Limited Deluxe Box auch live in Frankfurt auf DVD drauf. Und da siehst du, das fängt halt nicht an, wenn die Show anfängt, sondern es fängt halt an hinter der Bühne. Ja. Und ich hab das vorhin zufällig gesehen. Ähm. Du siehst einfach die Panik in meinem Gesicht, ne. Wie ich dann auch die ganze Band versammle und mit denen so Arm in Arm stehe und da Anweisungen gebe. Komm, wir machen das. Jeder verlässt sich auf den anderen. Bla, bla. Wir helfen einander aus. Möge Gott uns beistehen. So. Weißt du? Richtiger Irrsinn. Das ist geil. Okay, das ist so ein Ritual. Ihr steht dann da so alles immer so. Für dich persönlich gibt es nochmal, also ich brauche das zum Beispiel, auch ich habe Lampenfieber vor großen Veranstaltungen, wenn ich irgendwie moderiere vor keine Ahnung wie viele tausend Leuten. Ich muss zwei Minuten in mich gehen. Ich mach da gar nichts wirklich, aber ich muss zwei Minuten, da darf mich keiner mehr volllabern. Ich muss einfach mal kurz in meinem Hirn Ruhe haben. So kurz Pause. Es gibt Menschen, die trinken nochmal ein bestimmtes Getränk. Es gibt Leute, die führen nochmal einen Tanz auf. Keine Ahnung. Gibt es sowas bei dir? Ey, das ist das zweite Mal, dass ich an meinen Bruder V denken muss in dieser Unterhaltung hier. An dem musste ich vorhin schon bei dem veganen Restaurant denken. Ey, der ist vor der Show so, ey Jägermeister, Action, bla bla bla. Ja. Was ich geil finde, aber ich bin halt vor der Show, kann man bitte die Tür zumachen und bitte hör doch mal auf jetzt hier zu klopfen. Ich muss das nochmal nicht laut rappen, aber in meinem Kopf rappen. Ich muss beten, gib mir jetzt nicht auf den Sack. Okay. So für dich einfach Ruhe. Ja, voll. An wen denkst du da immer? Wer ist es? Vega. Achso, keine Ahnung, V, was weiß ich. Ja, ich bewundere das auch. Hat halt jeder so seine eigene Strategie mit dieser Aufregung klar zu kommen. Ich glaube, dass es eh kaum Künstler gibt, egal aus welcher Branche. Also, es gibt sicherlich einige, die diese Aufregung und dieses Adrenalin vorher nicht mehr so verspüren. Ich glaube, dann bist du auch komplett, also dann bist du durch, oder? Wenn du kein Lampen-Team mehr hast. Das weiß ich nicht. Also, ich erlaube mir da auch kein Urteil, aber ich denke mir, so ein bisschen was gehört halt immer dazu. Egal, wie viele Jahrzehnte du schon auf der Bühne stehst, wie lange du schon am Mikro bist. Ich bin so der Meinung, das gehört irgendwie dazu. So eine gesunde Aufregung. Aber ich würde so gerne machen, was Udo Lindenberg jetzt dazu sagt. Weißt du? Ja. Okay. Udo Lindenberg, was der dazu sagt. Meinst du, der ist schon so, ja ne, ich kann ihn gar nicht nachmachen. Wie spricht der nochmal so ein bisschen? Ja, ich kann das sowieso nicht. Der ist bestimmt auch aufgeregt, Moses. Ich würde es gerne wissen, was er sagt. Der ist bestimmt auch aufgeregt. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ich bin nicht mehr ganz so, gerade die letzten zehn Sekunden nicht mehr ganz so anwesend, weil ich gerade überlege, ja doch, ich kann dir das erzählen, glaube ich. Ich hatte mal kurz angedeutet, dass Freunde von mir ihren Sohn nach dir benannt haben. Stimmt, hast du schon mal gesagt. Wie schön. Die Geschichte ist so geil. Wie alt ist er jetzt? Acht oder neun. Und ist er glücklich mit dem Namen? Voll. Was in der Schule natürlich so am Anfang nicht einfach. Ja, aber die Geschichte ist folgende. Ich glaube, wenn wir nicht sagen, wer das ist, kann man das ruhig so machen. Es war eine Party bei denen zu Hause. Und wenn ich das jetzt noch richtig zusammen bekomme, sie hat mir das auch so erzählt, warst du auch da. Ehrlich? Ja. Oh, das ist krass, weil ich sage das immer zu Leuten, ja benennt mal Kind nach mir. Nee, 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 du warst gar nicht, sondern du hast jemanden mitgebracht, glaube ich. Die vorhergesagt, also nicht, sondern die irgendwie, das war keine Einweihungsparty, es waren schon viele Menschen da, es war eine sehr große Party zumindest. hat diese Frau ihr gesagt, hör mal zu, du bist schwanger. Und die so, ja, maul schwanger und so. Dann habe ich gesagt, wenn das stimmen sollte, werde ich. Du hast irgendwo dich am Wein bedient, Mann, du warst in der Situation gar nicht, aber du hast diese Freundin mitgebracht, die das gesagt hat, hier du bist schwanger, ich spüre das. Und dann hat meine Freundin gesagt. Echt? Oder Pelham kommt mit irgendwelchen Esoteriktanten an. Vermutlich. Wer warst du? Das kann ich mir schon wieder überhaupt nicht vorstellen. Ja, vielleicht war die gar nicht so esoterisch, aber die… Vielleicht war die gar nicht mit mir. Zumindest hat die dann gesagt, meine Freundin sagte immer zu, ja genau, wenn das stimmt, dann nenne ich den Moses, den Kleinen, wenn es ein Junge wird. Schwanger. Oh, ich würde so gerne rekonstruieren, welche Party das war. Das kann man doch machen. Wir werden nach… Wir werden das klären. Wir werden nach diesem Livestream werden wir dort anrufen. Das kommt in die Kommentare. Wir werden nach diesem Livestream werden wir da anrufen. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir hier schon labern, ne? Fast eine Stunde, meine Güte. Bei Pelhams Plausch? Ja. Wir machen den Deal. Plausch mit Pelham. Wir können Plausch mit Pelham machen, aber ich bin halt auch jedes Mal dabei. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, wir finden jedes Mal irgendwelche Themen zu bequatschen. Ja. Es ist schade… Vielleicht laden wir uns auch mal einen Gast dazu ein. Ja klar. Zu unserer Sendung. Ja klar, warum nicht? Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, aber mir brannte noch eine Frage. Unter den Nägeln. Ja. Und zwar, woher kam die Geschichte oder wieso wolltest du unbedingt Rechtsanwalt werden? Also das habe ich auch aus diesem Video, aus meiner Vorbereitung. Ja, also ich weiß, du wolltest als ganz kleines Kind Müllmann werden. Das wollen sie alle werden. Das will meine auch gerade. Ja? Ja. Auch wegen das hinten drauf. Wie geil das ist, das Auto hinten dran zu fahren. Voll. Und dann kamst du irgendwann dazu, Rechtsanwalt zu werden. Hat das etwas mit diesem sehr tief verankerten Gerechtigkeitssinn zu tun? Oder hast du gesagt, die verdienen viel Geld, will ich schon ein bisschen werden, weil ich viel Geld verdiene? Also was war, kannst du dich daran erinnern, was da so die Motivation ist? Ja, okay. Ja. Also mit Geld verdienen hatte das gar nichts zu tun. Ne, ich glaube es gibt zweierlei, also erstens, oder vielleicht drei Sachen sogar. Ja. Erstens war das natürlich geprägt von diesem amerikanischen Kreuzverhörding, was ich im Fernsehen sah. Ja. Ja. Was gefiel mir gut? Bestimmte Serienfilme? Matlock. Ne, du auch. Geiler geht. Aber es gab auch andere Serien später, ne? Barbara Saalesch. Nein. Alexander Holt. Ne, in Fall für zwei zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Da gab es kein Kreuzverhör, aber der Anwalt war schon cool. Es war so, guck mal, investigativ, ich check das, bla bla, warte mal, ich kann da was machen. So? Ein Fall für zwei haben wir nicht geguckt. Im Migrantenhaushalt guckt man nicht ein Fall für zwei und Tatort und so Geschichten. Boah, ich habe das geliebt. Egal. Egal. Ich glaube, dass dieser Freitagabend 20.15 Uhr heißt, den habe ich geliebt. Okay. Ehrlich. Es gibt so die Geschichte, dass LL Cool Jays Großmutter auch zu ihm sagte, er müsse Rechtsanwalt werden, weil er so viel redete. Ich glaube, das ist eine Gemeinsamkeit, die ich mit LL Cool J habe. Da habe ich einfach Schwall. Also sah ich da irgendwie vielleicht auch so ein bisschen Land. Und natürlich habe ich Recht mit Gerechtigkeit irgendwie verbunden. Und mich danach gesehnt. Bist du heute schlauer? Ich glaube, ich bin heute schlauer. Ich glaube, dass es da immer noch einen gewissen Zusammenhang gibt. Keine Deckungsgleichheit. Aber man kann so viel schimpfen, wie man will, darüber und sagen, ja, guck mal, was ist das für ein Scheiß da, was es alles für ein blödes Gewicht gibt. Mein Eindruck ist schon, dass wir in einem Land leben, in dem je höher du in den Gerichten gehst, einfach klar wird, dass es da wirklich Menschen sind, die darum bemüht sind, die bestmögliche Lösung, nicht nur im Sinne des Rechts, sondern auch der Gerechtigkeit, sofern wir sie hierher erstellen können, zu finden. Und war dann das Musikding einfach zu wichtig oder doch zu zeitintensiv? Oder warum bist du von diesem Weg abgekommen? Ich war eingeschrieben. Ach komm. An der Uni Frankfurt, oder was? Ja, klar. Und dann ging halt Brüller mal dran direkt. Wofür ich übrigens sehr dankbar bin. Nein. Das eine hätte mich auf jeden Fall unfassbar interessiert, interessiert mich heute, ich sage an dieser Stelle immer wieder gerne, dafür, dass ich eigentlich Musik herstelle oder dergleichen. Ich wollte als Musiker bin sagen, das bin ich ja nun wirklich nicht, aber irgendwie Musik mache. Hänge ich ganz schön viel mit Anwälten rum und bin auch ganz schön viel vor Gericht und so. Okay. Das hätte mir gefallen, das wäre was für mich gewesen, das sage ich dir. Echt? Du bist. Aber das andere ist halt eine solche Liebe. Hm. Aber du kannst doch umschulen. Du, ich habe darüber, ich denke über allen möglichen Scheiß nach. Ja. Vielleicht nochmal zu studieren. Warum nicht? Ja, warum nicht? Warte doch jetzt mal die Tour. Also warum nicht? Kann ich dir im Moment sagen, weil ich keine Zeit habe. Ja gut, jetzt. Schreib doch erstmal dieses eine Buch. Oder mir die Zeit, die ich nehmen möchte. Ja. Zeit hat man ja nicht, die nimmt man sich. Ähm. Andere Dinge sind mir gerade wichtiger. Aber, ähm, es gibt schon den ein oder anderen Moment, in dem ich einen Freund von mir, ähm, mit dem ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe, ähm, der ist heute Anwalt. Ähm, und ich beneide den gerne mal um das, was er da tut. Das ist krass, weil ich dachte immer, das wäre irgendwie so eine Nummer zu trocken für dich. Aber da, also vielleicht ist das auch nur ein Urteil, dass ich mir so, äh, von außen einfach mal... Ich empfinde es halt überhaupt nicht als trocken. Genau. Vielleicht, ja, ich habe vielleicht auch einfach zu wenig Einblick da rein. Wollte ich sagen, als dass ich da mir auch wirklich ein, äh, gerechtes Urteil, ähm, bilden könnte. Ich finde, wirklich für einen Rapper, ne, habe ich unfassbar viel Zeit mit Schriftstätten verbracht. Ja, okay. Das ist geil. Für einen Rapper. Ich fand es auch gnadenlos ehrlich, dass du sagst, du bist so viel vor Gericht unterwegs, finde ich. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Nein. Ja gut, wenn du dann nur zum Zuschauen gehst, ne, sicher nicht, aber ansonsten. Ja, es ist ja nun auch nichts Falsches, ähm, für sein Recht einzustehen und, ähm, zu klagen. Ich habe einen Prozess, den für mich seit 22 Jahren. Mhm. Ähm, das klingt so, als führte ich den Prozess höchst selbst, ne, so ist es natürlich nicht. Ja. Ähm, aber das beschäftigt mich natürlich sehr. Ja. Ähm, und ich finde es gut, dass wir das machen. Ich finde es schade, dass wir es müssen, aber ich finde es gut, dass wir es machen. Okay. Also, die To-Do-Liste, da ist jetzt auf jeden Fall nochmal die Tour drauf, 2021. Vorher vermutlich das Buch. Ich nehme an, dass das Buch fertig ist, bevor die Tour nachgeholt wird. Ja, ja, das Buch kommt im Oktober. Ohne dich jetzt unter Druck setzen zu wollen. Nein, nein, das Buch kommt im Oktober. Okay. Das zweite Buch, ähm, mit dem Titel, das sollst du wissen, das würde ich auch nochmal vor dem Studium fertig machen. Was ist sonst so, weißt du, wenn du im Kopf so ein Ding hast, wo noch kein Haken hinten drin ist? Nein, 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 nein. Das, das sollst du wissen, das schreibt sich ja von selbst. Du musst ja immer noch eine Notiz machen. Ah, guck mal, das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig. Das ist halt für Liste am Ende. Das schreibt sich doch von selbst, hat er gesagt. Geil. Das Leben schreibt das. Ja, okay. Aber das wären so die drei To-Dos und dann könntest du eigentlich so Uni Frankfurt nochmal vielleicht anklopfen. Ich würde gerne nochmal eine Platte machen. Auch nochmal. Okay, also das ist genau das, worauf die Fans vermutlich gewartet haben. Ja, da kommt auf jeden Fall nochmal was. Das habe ich ja nicht gesagt. Ich sagte, ich würde gerne. Ja gut, entschuldige. Also so viel Einsatz muss dann sein für den, für den Wunsch, den du da in dir hegst. Also das muss ja dann wohl kommen. Ja. Moses, ich danke dir vielmals. Das war's schon. Wieso? Du kannst doch... Komm, dann sag doch mal. Wir haben ja noch Wein. Frag mal. Das ist jetzt mal Thema. Frag mich. Ich habe eine Kiste mitgebracht. Was ist los hier? Dieses Internet. Das weiß ich nicht, ob es das aushält. Du darfst auch gerne selber auch nochmal ein Gesprächsthema an. Wir sind zeitlich nicht begrenzt, aber du darfst auch gerne nochmal ein Thema anhauen. Ich bin da total easy. Wie ist diese Situation für dich gerade? Also nicht hier, sondern Corona? Nicht mehr ins Studio gehen zu können und so weiter und so fort. Ich geh doch ins Studio. Ach, tust du? Ja, also wir haben... Weil ich hörte irgendwie, ihr habt so Home-Sendungen, bla. Genau, wir hatten so einen Notfalldienstplan. Das heißt, wir hatten zwei Teams, ein Team A, ein Team B und haben die immer zwei Wochen senden lassen. Das heißt, ich war zwei Wochen zu Hause. Wobei ich aber auch von zu Hause gesendet habe. Jetzt war ich aber Team B. Wir waren jetzt dran zwei Wochen. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, weil wir zwei Studios im Sender haben, dass wir ganz normal weiter arbeiten, aber abwechselnd. Also ein Moderator von dem Studio und der andere Moderator von da, damit wir keine Kontakte haben. So wird es jetzt demnächst gelöst. Aber der Arbeitsablauf ist einfach anders. Und das ist irgendwie, wenn du arbeiten gehst, also bei mir ist es so, für dich ist ja Arbeiten was anderes, aber wenn ich in den Sender fahre, passiert halt unheimlich viel zwischenmenschlich. Also ich arbeite da so gerne, weil die Menschen da alle sind und weil ich seit jetzt 18 Jahren da zu diesen Menschen eine immense Bindung aufgebaut habe. Und es ist einfach was anderes, wenn man sich begegnet. Also zum einen ist es irgendwie nur so ein Drittel da, wenn überhaupt. Und zum anderen ist es so dieses, mit dem einen hatte ich einen Running Gag, wir haben uns jeden Tag einfach umarmt. Also einfach nur so, er hat mich dann auch verarscht und hat mich nicht mehr losgelassen. Das fällt halt alles irgendwie weg. Es ist irgendwie, es fühlt sich anders an, aber es muss halt so sein. Aber es ist irgendwie komisch und ich möchte gerne, dass es irgendwann aufhört. So, aber ansonsten hat es für mich, hat sich für mich eigentlich nicht viel geändert, außer dass mein Sohn zu Hause ist. Seit vier Wochen. Ja, von daher, also ich bin froh, wenn es rum ist, um ehrlich zu sein. Wobei ich befürchte, dass es alles noch sehr lange dauern wird. Also vor allem dieses, dieses, wir haben uns hier heute, ich habe vorhin gesagt, wir haben uns hier alle begrüßt, irgendwie so auf die Ferne mit Hallo. Wir haben uns nicht gedrückt. Ich habe Julia nicht gedrückt. Wir haben uns nicht die Hand gegeben. Aber es ist wichtig und es muss auch so sein, aber es fühlt sich komisch an und ich möchte nicht, dass es immer so bleibt. Und ich möchte auch eigentlich auf gar keinen Fall, dass wir eine, eine Gesellschaft werden, in der man mit Mundschutz rumläuft. Das ist für den Moment okay und ich kann, ich mache das auch, wenn ich einkaufen gehe. Aber ich möchte nicht, dass das zur Normalität wird, auch wenn es vielleicht hilft. Aber ich möchte das nicht. Es fühlt sich für mich strange an. Hast du einen Mundschutz? Ne. Ne? Wenn es zu so einer Pflicht käme, ist es halt scheiße. Also ich habe einen richtigen Zuhause, aber diese Mund-Nasen-Abdeckung nennt man das. Das Ding, was halt einfach kein richtiger Mundschutz ist. Ja, klar. Ich habe eine ganz interessante Erklärung dafür bekommen. Das ist wie eine Hose. Es hilft dir nicht. Also wenn du pinkelst, hilft es dir nicht. Ja. Ja. Richtig. Aber die anderen werden halt einfach gespritzt. Das hast du schön gesagt. Ja, aber so ist es. Wirklich. Also es hilft dir nicht, aber du schützt damit die anderen und das ist der einzige Grund, warum ich die Dinger trage, wenn ich einkaufen gehe. Ja, ich würde jetzt sagen, ich kriege es auch so hin, ohne so ein Ding. Ja. Dann kannst du halt nach meinem Verständnis genauso gut einen Schal nehmen oder so. Ja, ja, mit Sicherheit. Ja, ja. Aber ich habe auch so schön, du hast so ein Superman-Zeichen drauf. Ja, mir missfällt halt diese Idee, oder mir missfällt dieses Gefühl der Sicherheit, das ist halt nichts, in Wahrheit. Natürlich nicht. Also, guck mal, ich habe jetzt die Weltrelation hergestellt. Genau. Es hilft dir persönlich nicht, aber es ist halt dann der Schutz der anderen. Und, oh, das ist voll krass, wie sehr sich das in meinem Kopf auch festgesetzt hat, dieses Verantwortungsbewusstsein der Gesellschaft gegenüber. Das fühle ich tausend Prozent. Krass, ne? Aber wie krass das plötzlich in mir drin ist. Ich hätte mir das überhaupt nicht vorstellen können, dass ich dann irgendwann auch so, dass ich so diese Regeln im Kopf auch so wirklich befolge und denke, okay, krass, krass, das ist meine Verantwortung. Ich sage jetzt noch nicht mal mehr den Schwächeren und den Vorerkrankten gegenüber, sondern der Gesellschaft gegenüber, dass wir uns da so einstrengen. Absolut. Und die Frage kam bei dir auch vor. Ich bin ja, ich würde mich als Pessimist bezeichnen. Ja. Ich bin trotzdem voller Lebensfreude. Aber wenn ich so die Entscheidung habe zwischen, oh, es wird schön ausgehen und es wird schlecht ausgehen, entscheide ich mich eigentlich immer so für, es wird total katastrophal. Henry Ford hat mal gesagt, ob du glaubst, du kannst oder du glaubst, du kannst nicht, in beiden Fällen hast du recht. Ja. Weil du bestimmst, oder? Ja, aber wenn das so ist, dann bist du doch bescheuert, wenn du dich an dem Negativen festhält. Ich weiß. Ich bin bescheuert. Ja, hör auf damit. Das ist scheiße. Oh, Alter. Willst du mir helfen oder was? Ich helfe dir. Ja, ich lese komische Bücher, wo das so drinsteht und so, aber ich krieg es nicht hin. Das sind, das sind Muster, die habe ich mir angeeignet. Ich bin jetzt 39 Jahre alt. Ich habe die 39 Jahre so gemacht. Ich werde die auch weiter so machen. Ich bin jetzt 49. Ja. Ich helfe dir. Nein, aber was sagen wir das so? Wo war im Sting? Wie kam das mit dem Entscheiden? Pessimismus, alles Scheiße sozusagen. So was wie, ach komm, es hilft alles nichts. Ja, es hilft alles nichts. Das ist jetzt irgendwie schön zu sehen, dass wir alle zusammenhalten und es alle gemeinsam machen, aber letzten Endes... Wir tun es ja nicht alle, aber die Vernünftigen unter uns tun es und das ist schon mal geil. Ja, aber es wird trotzdem später vermutlich wieder genau dahin führen, wo wir vorher waren. Das ist mein Pessimismus. Sagt jetzt die Pessimistin. Genau. Ich habe als der Optimist, der ich heute bin, die Hoffnung, dass davon was hängen bleibt. Das ist nicht richtig. Du bist heute kein Optimist. Natürlich nicht. Nee, du hast vor zwei Wochen in diesem Interview noch was anderes gesagt. Nee, nee, hab ich nicht. Doch, hast du. Wirklich nicht. Doch. Ich sagte, ich habe zweimal den Wechsel vollzogen. Ja. Stimmt. Du warst früher... Optimist? Ja. Wurde dann zu so einem Pseudorealist-Pessimist. Ach komm, geh mir nicht auf den Sack. Alles Scheiße. Ach du, halt auch's Maul. Mhm. Hab dann erkannt, dass es eine fürchterliche Art ist zu leben. Ich Hoffnung in meinem Leben brauche Perspektive, Konstruktivität und bin so wieder zu dem, was ich einen realistischen Optimisten nenne geworden. Genau, das war's nämlich. Du bist ein Optimist mit einem Hang zum Realismus. So war's. Okay. Man kann diese Wandel vollziehen. Ich finde das sehr interessant. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich im Moment dazu imstande bin, aber ich werde das im Auge behalten und werde dann im besten Fall die nötige Hilfe von dir in Anspruch nehmen. Hier laufen schnell Menschen rum und ich habe das Gefühl, dass die mir was sagen wollen. Ah, wir sollen einfach weitermachen. Ah, wir sollen ihn ignorieren. Er läuft jetzt hier rein und macht irgendetwas und wir sollen ihn... Guck mal, diesmal bist du's. Ja. So, deine Haare nämlich. Geil. Ich habe jetzt... Dein Bart. Dir wurde die Frage gestellt, wann du ihn abrasierst und dann hast du gesagt, du kannst dir das im Moment überhaupt nicht vorstellen. Es ist, glaube ich, doof zu fragen, ob der eine Bedeutung für dich hat, weil das muss er ja gar nicht, sondern du hast dich so sehr daran gewöhnt, aber ich kenne dich gar nicht ohne. Doch, natürlich. Hast du damals bei Planet ohne moderiert? Ja, am Anfang hatte ich den nicht. Ich habe den in der Sendung irgendwann... Ich stamm so ein bisschen von amerikanischen Ohreinwohnern ab. Ich habe einfach wenig Bartwuchs. Echt? Ja. Okay. Und ich hatte immer so diesen Dings-Bart so. Stimmt, das da hattest du ja. Und das hier, das hat einfach ewig gedauert und das hat dann immer gejuckt, um... als es kurz war... Ich kenne das, ich kenne das ja. Also es war ein Kampf, das irgendwie dahin zu bringen, dass es nicht mehr gejuckt hat und auf so einer vernünftigen Länge so war. Wir reden ja 2005. Ja, so was. Oh mein Gott, so lange kennen wir uns schon. Okay. Und in der Produktion von, nicht von dieser Welt 2, so 2014 haben wir damit angefangen. Aber die Platte kam erst 2016. Da habe ich gesagt, pass auf, ich rasiere mich nicht mehr, also mit dem Langhaarschneider oder wie auch immer das Ding heißt, schneide ich mir den Bart nicht mehr, bis die Platte fertig ist. Und dann wuchs der Bart halt. Und danach konnte ich es aber nicht mehr abmachen. Das wird ja wie so eine Brille, so zum Teil des Gesichts. Genau, das wollte ich fragen. Würdest du dich... Würdest du dich wiedererkennen, wolltest du fragen? Nein, du würdest dich schon. Alter, wer ist der Mann im Schwiegel? Fühlt man sich dann nackt? Ich weiß, ich kann mir das ja überhaupt nicht vorstellen, aber das kannst du ja auch nicht, weil du hast jetzt diesen Bart und weißt ja gar nicht, wie es sich anfühlt, wenn man den abrasiert. Naja gut, ich habe ein Barbier, zu dem ich gelegentlich gehe, so zweimal im Jahr. Mhm. Und die Vereinbarung ist immer so viel wie nötig. So wenig wie möglich. So wie bei den Frauen in Spitzenstein. Ganz genau. Und immer, wenn ich da rauskomme, ist so... Was habt ihr getan? Wie bei Frauen, wenn sie beim Friseur waren, ja. Also deshalb... Ich weiß nicht, wenn er muss, muss der. Aber ich wüsste im Moment nicht, wie ich darauf käme, mich davon zu trennen. Muss man den irgendwie sonst pflegen, außer zweimal im Jahr zum Barbier geht's? Nee, ne? Muss man das? Ich mach nix, ne? Also waschen normal halt, ne? Waschen wäre ab und zu gelegentlich. Ja, ich überlege halt gerade. Also manche machen das ja so als Statement, diese Bartgeschichte. Oder es beginnt damit. Andere lassen einfach mal wachsen, weil sie halt mal wissen wollen, wie es aussieht. Und dann kann man sich irgendwie schwer von dem Ding trennen irgendwie, ne? Okay. So ist es bei dir. Und sag mal, hast du das Buch gelesen, das ich dir mal empfohlen hab, vor einem halben, dreiviertel Jahr? Wie hieß das? Ein Tag mit der Liebe. Ja. Aber ich hab's nicht gelesen, ich hab's gehört. Echt? Hörbuch, oder was? Gibt's das als Hörbuch? Ja, klar. Und? Ganz geil. Ja, ne? Ja. Falls jetzt Nachfragen kommen, wie das Buch ist. Ein Tag mit der Liebe von Mohsin Sharifi. Großartiger Mann. Ich hab's auch gelesen. Ich musste einige Passagen mehrfach lesen, weil's echt schwierig war zu begreifen. Ja? Ja, aber du mit deinem... Mir war schon klar, dass du das verstehst alles. Aber nichts war da drin, was ich nicht schon wusste. Aber es war schön, das zu hören. Er hat es schön verpackt, ne? Wie gesagt, ich hab's halt nicht gelesen, ich hab's gehört. Ja, klar, klar. Hast du wirklich? Hast du's wirklich? Ja, natürlich. Ach, krass, okay. Komm, frag was ab. Nee, gar nicht. Ich kann mich auch nicht mehr dran... Also, weil ich dachte, dass du gar nicht so der Leser bist. Also, dass du... Du hast ja gesagt, du liest, wenn überhaupt so Bücher, in denen du wieder mal so drinblätterst, die du schon mal gelesen hast, deswegen... Aber klar, wenn du's nicht gelesen hast, sondern gehört hast, dann... Aber, ne... Ich glaub, bei mir passiert bei einem Hörbuch genau das, was bei anderen Menschen beim Lesen passiert. Wie hörst du denn Hörbücher? Ich hab das einmal probiert. Also, ähm... Nee, wenn du was anderes dabei machst, das deine Konzentration erfordert... Das muss so was sein wie Autofahren. Nein. Was du machen kannst, ist kochen. Ich kann kochen, Autofahren, diese Dinge. Ähm... Nein. Beim Autofahren klappt's ja nicht. Gucken oder eine Mail lesen, geht natürlich nicht. Fälligstes Autofahren hab ich nicht geschafft. Fährst du Auto? Ja, ja, klar. Ja? Ob ich Autofahr grundsätzlich... Ja, ich hab nämlich vorhin gesagt, ich hab dich noch nie Autofahren gesehen. Selber. Hahahaha. 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 Deswegen, aber das war so... Hat mich interessiert. Okay, aber nee, Autofahren geht nicht. Hab ich schon probiert. Bei diesem Hörbuch. Kochen hab ich jetzt auch noch nicht probiert, aber ich... Guck mal. Wenn ich ein Hörbuch hören möchte, dürfte ich von nichts anderem abgelenkt sein. Ich müsste also entweder auf der Couch sitzen und es hören oder im Bett liegen. Und dann denk ich mir, kann ich auch lesen. Dann machst du für mich keinen Unterschied. Aber ist krass. Nee, Autofahren hab ich. Ich hab's probiert. Ich muss dann immer wieder auf 15 Sekunden zurückspulen. Das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Also du kannst währenddessen kochen. Das finde ich geil. Das krieg ich nicht hin. Ich bin aber auch jemand, der sich krass abregt. Aber das ist auch der Gipfel der Entspannung, ne? Hörbuch hören und kochen dabei. Alles vorbei. Kannst du entspannen? Ja, total. Super. Ehrlich, super. Okay, cool. Alles klar. Aber ohne bestimmte Techniken. Du machst nicht progressive Muskelentspannung. Yoga. Was weiß ich? Nee, ich trinke Wein. Monsee. Mhm. Kochst. Kochst. Dann hast du ein Hörbuch. Ja. Und fährst du dabei Auto. Ganz genau. Dann zieh mich nach hinten. Na egal, okay. Wie oft brauchst du dieses? Es gibt ja Menschen, die können so lange, lange, 180 gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Und sind dann in so einer Phase, wo sie sehr lange mal entspannen müssen und dann da so wieder rauskommen. Es gibt Menschen, die schaffen es, sich am Tag immer wieder diese Punkte zu nehmen. Ja. Ja. Ich bewundere das so sehr. Ich kann es nicht. Und wenn sie nur sich fünf Minuten hinsetzen und einfach so in die Luft starren. Ja, das kann ich auch nicht. Ey, guck mal, ich sag ehrlich, früher haben wir so sechs Tage die Woche gearbeitet und Samstag halt nicht. Mhm. Ich hab da Samstage gehabt, an denen ich überhaupt nicht wusste, was ich mit mir machen soll. Das schreib ich in dem Buch halt auch noch. Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ehrlich, was gehen ab? Wie sieben Wochen Sommerferien für einen Schüler. Wann geht's denn wieder los? Okay, krass. Ganz schlimm. Ja gut, aber... Mittlerweile kann ich das ganz anders. Für mich entspannen, chillen, machen, tun. Super. Aber früher war das für mich eher... Nee, komm, wir können noch Tracks machen. Scheiße. Aber das ist doch auch eine Sache des Alters und der Energie. Und vor allem auch das sich selbst zuwenden. Und dieses... Also ich will es gar nicht in sich hineinhorchen nennen, aber es ist so ein bisschen... Aber wenn ich das kurz sagen darf, ich weiß, wo du hin willst, aber ich bin halt durch meine Kunst eigentlich dazu gezwungen, in mich hineinzuhorchen und mich mit mir selbst zu beschäftigen. Ja. Also das passiert dabei ohnehin. Würde es irgendwann einen Moses Pelham geben, der... Entschuldige, dass ich es jetzt Songs machen nenne, aber der Songs macht, kreiert, wie auch immer, zusammenstellt, zusammenbaut, die einfach nur... Also die nicht aus diesem Innenleben her... Also natürlich ein bisschen... Auf der Notwendigkeit heraus. Ja, sondern einfach den Menschen Spaß machen sollen. Weißt du was ich meine? Also... Gibt es ja genug Künstler, die das machen. Ich möchte es gar nicht erben. Ich wünsche mir schon, dass meine Kunst auch Menschen Freude macht. So ist es nicht, ne? Aber wenn du so Spaß machen sagst, klingt das so wie so ein Witz erzählen. Nee. Und selbst das gibt es ja bei mir, ne? Wenn du dir auf dem Album anhörst, das ist ja nicht mehr und nicht weniger als ein langerzählter Witz. Ja klar, das mache ich schon auch. Das kann ich mir jetzt nicht als Lebensinhalt vorstellen. Aber ich bin ja auch befreundet mit Comedians, ne? Bei denen du dann merkst, dass das eine sehr, sehr ernste Sache ist. Freuen wir gerade von Atze? Ja, von Atze, von Oliver, Polak, von Kosta, ähm... Gibt es ja mehrere. Jaja, klar. Aber ähm... Also bei Atze zum Beispiel, das finde ich total geil. Also... Bei wem war der bei Lanz? Aber die sind übrigens alle Musiker, ne? Der Atze? Der Atze ist natürlich Musiker, der Oliver und der Kosta weißt du ja. Ja gut, aber der Atze... Ist auch Schlagzeiger. Dieses Talent hat er mir noch nicht. Ja. Okay, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Neba, was ich tatsächlich geil finde, ist, dass der Atze... Hast du das gesehen? Bei Lanz war es glaube ich, ne? Als es... Oh, ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen, aber wo er in der Sendung saß mit der Holocaust-Überlebenden und, ähm, dann über seinen Großvater erzählt hat, meine ich. Und dann da auch, ähm... Ich möchte nicht sagen, sich entschuldigt hat, aber, weißt du, mit dieser Frau so... Ich hab das irgendwo aufgeschnappt. Ja, das war so ein wertvoller Moment und das war so... Das hat so viele Menschen überrascht, die Atze Schröder halt so kennen wir, wenn er auf der Bühne steht und so, ne? Und gar nicht verstehen, dass da so viel mehr... Aber das wusste ich. Da hintersteckt, ja, ja. Aber wie sind wir darauf gekommen? Auf, genau, äh, Spaß bringen. Also, vielleicht nennen wir es mal so, wo der reine Sinn des Songs Entertainment ist. Also... Ey, einen Song lang ist das für mich überhaupt kein Problem. Ja. Ne? Eine LP lang... Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Okay. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Songs machen oder eine LP machen für dich Therapie ist. Sondern es ist einfach nur ein Festhalten... Nein, es hat auf jeden Fall auch einen therapeutischen Aspekt, das ist kein Zweifel. Aber das ist so ein bisschen... An dieser Stelle sage ich gerne, guck mal, ähm, das ist ja geil, dass du zur Therapie gehst und so. Das ist ja überhaupt kein Grund, das zu veröffentlichen. Okay. Also, da muss schon irgendwie... Dass es lohnt, das zu veröffentlichen, muss da schon auch irgendwas anderes passieren, als dass es für dich Therapie ist, ne? Ja, ja, klar. Ne? Ja. Okay, verstehe. Also, es ist nicht der einzige Grund, aber es ist schon... Es hat Aspekte davon. Ja, genau. Auf jeden Fall. Aber es geht in erster... Ich möchte es nochmal kurz... Es geht so... Die Wahrheit festhalten. Genau. Diesen Moment oder die Wahrheit festhalten. Ja. Und jetzt musst du mir bitte noch erklären, Emuna ist nicht nur der Name deines Albums, sondern auch logischerweise dann der Tour, der dazugehörig. Ja. Ich habe... Die wir im Januar und Februar fortsetzen werden. Ja. Ich habe gegoogelt, was das bedeutet. Was stand da? Ja, das ist halt schwierig, ne? Also, ich habe ganz vereinfacht Glaube, aber das ist nicht richtig. Weil es gab so viele vielschichtige Ebenen in dieser Erklärung, dass ich nicht ganz durchgeblickt habe. Und vor allem habe ich nicht verstanden, wo der Begriff herkommt, genau. Das ist ein hebräischer Begriff? Ja. Du, ich weiß es auch nicht, ne? Weil ich kann kein Hebräisch. Ähm, der Begriff erschloss sich mir dadurch, dass mein Bruder David ihn immer wieder benutzte. Ne? Und ich... Aus dem Kontext erschloss er sich mir, ne? Ich wusste immer, dass das was gut ist, weil er immer dabei gelacht hat und gestrahlt hat, so. Ja. Und habe so immer mehr gerafft, hab natürlich auch mit ihm darüber gesprochen und so. Das ist ein Begriff, den ich vor drei Jahren zum ersten Mal hörte. Ich habe ihn erst durch dich gehört. Ich würde nach meinem Verständnis Emunah mit Kraft des Glaubens übersetzen. Emunah oder Emunah? Ja, im Hebräischen wird alles Emunah. Okay. Hinten raus? Okay. Mit Kraft des Glaubens übersetzen. Ja. Aber wenn es so einfach wäre wie Kraft des Glaubens, hätte ich mich, glaube ich, nicht eines Begriffs aus einer anderen Sprache bedient. Da hättest du auch Kraft des Glaubens sagen können. Voll. Da ist einfach mehr drin. Ja. Das deutsche Wort Glaube ist so ein komisch schwaches Wort. Ich denke da immer sofort an, ja, aber Glauben heißt nicht Wissen. Glauben kannst du in der Cash und so weiter. Das hat meine Chemielehrerin auch immer gesagt. Voll. Ich vermute, Evren, ich vermute, ja. Aber der Glaube, von dem hier die Rede ist, ist was ganz Starkes, ist eine Verbindung zu Gott, die auf eine ganz seltsame Art und Weise auch Gott bindet. Gott. Das ist wirklich verrückt. Den letzten Teil musst du mir erklären. Ja. David erzählte mir eine Geschichte von... Du musst auch erklären, wer David ist. Ich weiß, wer David ist. David ist ein Freund von mir, der ist hauptberuflich Rabbiner. Ja, das muss man dazu sagen. Wenn er sagt, Bruder David, ja keine Ahnung. Der erzählte mir eine Geschichte von Moses, also dem biblischen Moses, der immer wieder betete, Herr, lass mich das gelobte Land betreten. Und wir haben ja so ein bisschen gelernt, dass so eine Strafe Moses gegenüber ist, dass er das gelobte Land nicht betreten durfte. Der David sagt, nee, eigentlich ist es eine Gnade den Menschen gegenüber, dass Moses das gelobte Land nicht betreten durfte. Weil in dem Moment, in dem Moses das gelobte Land betritt, dieses Experiment, an das die monetäristischen Religionen glauben, das hier gerade stattfindet, beendet ist. Also Moses betet, Herr, lass mich das gelobte Land betreten. Irgendwann sagt Gott zu ihm, Moses hör auf. Warum sagt Gott zu ihm, Moses hör auf? Weil, so sagt der David, es eine bestimmte Anzahl von Gebeten für alles gibt. Wenn du aufrichtig deinen Herrn darum bittest, in dieser bestimmten Menge, die für verschiedene Dinge verschieden ist, wird er es dir geben. Und der David sagt, es war noch ein Gebet, dann hätte er ihn das gelobte Land betreten lassen müssen. Okay. Das sagt mir doch was über den Glauben. Es ist nicht so, ja, ich denke vielleicht, haha, mal gucken, sondern der Glaube, den du auf deinen Herrn wirst und ihn im Gebet bittest, hat eine praktische Wirkung. Es ist ganz einfach, pass auf, das wird passieren. Das steht in der Bibel ganz normal. Okay. Wenn ihr euch versammelt und Dinge bittet, macht euch bewusst, dass ihr bereits erhalten habt. Okay. Ganz einfach. Okay. Das ist geil. Oh, zum Ende nochmal hier, Philosophie, Zufunk. Weil du sagst, oh, ganz einfach und ich so, okay. Ja. Okay. Ja, aber das, wie gesagt, da ist halt einfach eine andere, Goethe nennt es Wirkmächtigkeit in dem Wort Emunar als in Glaube, was hier im Gebrauch so ein bisschen schwach. Weil es auch hier und da vielleicht behaftet ist. Wollen wir es mal so? Ja, es wird einfach ganz, im Gebrauch wird es schwach. Ist schwach geworden. Mit Emunar, mit dem Begriff, fange ich erstmal nichts an. Natürlich habe ich eine eigene Einstellung zu Glaube und Emunar ist für mich erstmal, das hört sich für mich… Übrigens, wir waren da vorhin schon, bei dem Henry Ford Zitat. Ist das übrigens gerade ein Flugzeug? Ja. Krass. Okay, Entschuldigung. Momentan sind keine Flieger am Himmel, deswegen ist man überrascht, wenn man einhört, ja? Naja, ob du glaubst, du kannst oder nicht, in beiden Fällen hast du recht. Da passiert was mit deinem Glauben, da wird eine Energie freigesetzt, das setzt Dinge in Bewegung, ganz einfach. Okay. Sehr, sehr interessant. Ja, ich hatte tatsächlich noch eine Frage zu Emunar, jetzt bin ich kurz, ob der ganzen Gedanken und… Und des Umstandes, dass der Wein alle ist, zumindest der kalte, etwas… Wir trinken den jetzt gleich weiter. Vom Weg abgekommen, das verstehe ich, das geht mir ähnlich. Wir trinken den jetzt gleich weiter. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass wir den weiter trinken, ohne den Livestream, genau. Off air. Ich möchte nur, weil den fand ich sehr schön, wir waren… Bitte lass mich eine Sache sagen. Bitte. Als wir mit der Nachtschicht aufhörten, das haben wir irgendwie fünf, sechs Jahre lang gemacht. Ja. Ja, was machst du denn jetzt? Jeden Sonntag. Sonntags. Ich habe gesagt, ich kann mich auch besaufen und Musik hören, ohne dabei das Mikro anzumachen und ganz Hessen irgendwelche Geschichten zu erzählen, die teilweise echt so waren, wo wir nicht folgen können. Aber wir waren gerade bei deinem… Du nennst ihn deinen Bruder David. Mhm. Und ich wollte diesen Livestream gerne mit einem wunderbaren Satz abschließen, einem Zitat von ihm, weil… Ich möchte dazu sagen… Der sagt so schöne Sachen, ich freue mich so sehr darauf. Ich bin nicht gläubig, aber ich finde… Ich habe keine Ahnung, was du sagen musst, aber der sagt immer so schöne Sachen, es wird bestimmt super. Ja, und ich finde, es ist egal, ob man gläubig ist oder nicht, es ist einfach… Es zählt und es ist gültig. Du hast gesagt, das kommt auch auf der Platte vor. Es ist nicht alles gut, aber in allem ist etwas Gutes. Aber was Gutes in allem. Ja, und das passt auch gerade jetzt so in dieser Phase, in der wir stecken. Absolut. So sehr. Ich glaube, es kann jeder für sich selbst entscheiden, was in dieser Phase Gutes steckt, was er Gutes und Positives aus diesen, man möchte doch sagen, schweren Zeiten mitnimmt. Ich glaube, da ist es total egal, welchem Glauben man angehört, ob man glaubt, ob man… Es ist egal, jeder muss irgendwas Gutes daraus mitnehmen, auch wenn es nicht… Der muss natürlich überhaupt nicht, aber hat die Gelegenheit dazu und ich meine… Du hast es hier verfeinert. Eigentlich ist es doch bescheuert, diese Gelegenheit nicht zu ergreifen. Wo wir wieder dabei wären, dass Pessimisten wie ich vielleicht dann doch ein bisschen sich in Richtung Optimismus bewegen sollten. Macht das. Da wird mir Moses Pelham bei helfen, Doktor Moses Pelham. Und ich helfe ihm dann in dieser anderen Angelegenheit mit diesem Zusammenwohnen und Haushalt teilen und so Geschichten. Ich glaube, es hilft mir dabei, sonst ein viel sozialerer Mensch zu sein, dass ich dieses Rückzugsgebiet habe. Ja, aber wir machen an dieser Stelle einen Punkt, aber du hast es ja trotzdem dieses Rückzugsgebiet. Das muss ja nicht nur räumlich sein, das kann man sich ja auch so nehmen. Aber wie auch immer. Vielleicht machen wir da einen Pelham's Plausch daraus und werden an dieser Stelle dann nochmal weiterquatschen und an dieser Stelle anknüpfen. Ich hatte noch das nächste Mal einen, wenn es heißt Pelham's Plausch mit Evren. Das ist geil. Ich danke euch allen fürs Zuschauen, fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet uns an jeder Stelle folgen und hattet zumindest ein bisschen Spaß und wünsche euch einen schönen Abend und wie damals Moses und euer Bass zu sagen fliegten. Kommt gut durch die Nacht. Wo immer ihr seid. Wo immer ihr seid. Wo immer ihr seid.